Alles Blut, macht ihr keine Sohn. Hallo? 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 Hey, hey, ich brauch Hilfe, ich will hier raus! Hallo? Hey, lass mich irgendjemand hören! Hallo? Was ist hier los? Wo bin ich? Das muss ein Fehler sein! Das muss ein Fehler sein! Ich weiß nicht wer sie sind, aber ich sollte hier nicht sein, sie haben die Falsche! Lass mich hier raus, verdammt! Hallo? Ich kann euch hören! Hallo? Antwortet mir! Ja? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Frau Georg? Ja? Ja, ja, ich kann sie hören! Kann sie mich hören? Wie geht es Ihnen heute? Wie soll's mir schon gehen? Ich bin hier gefangen! Wer sind Sie? Warum bin ich hier? Antworte verdammt nochmal! Wer spricht da? Ich werde jetzt Ihre Gesundheitswerte überprüfen! Wert? Ist das hier ein Test? Aber ja! Ja, kommen Sie ruhig rein! Überprüfen Sie meine Werte! Es sieht alles gut aus! Was? Sie haben doch noch gar nichts gemacht! Kommen Sie ruhig rein! Ich komme später wieder! Kann ich wenigstens was zu essen haben? Ich verhungere hier drin! Hallo? Können Sie mich hören? Ich möchte was zu essen! Ich möchte was zu essen! Ich möchte was zu essen! Ich bin wieder da, wie versprochen. Ja, danke. Haben Sie gehört, dass ich noch was zu essen gefragt habe? Ich habe jemanden mitgebracht. Er möchte noch einmal mit Ihnen reden. Marie, kannst du mich hören? Josef? Ja, ich kann dich hören. Josef, was passiert hier? Sag denen, dass das ein Missverständnis ist. Alles wird gut. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier. Gut. Josef, was redest du da? Hol mich hier raus, bitte! Josef? Bist du auch in einem dunklen Raum? Halten sie dich auch fest! Josef, wer sind die? Weißt du das? Was? Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Josef? Was passiert hier? Was passiert mit mir? Ich will hier raus, bitte. Hilfe, ich will hier raus! Josef! Es wird nicht besser. Was? Hallo? Wer sind Sie? Sind Sie der Verantwortliche? Was wird nicht besser? Wir haben alles versucht. Sie reagiert nicht. Reagiert nicht? Hören Sie mich nicht? Hört mich niemand? Antwortet doch! Was wollt ihr, verdammt? Ich glaube, wir müssten ehrlich sein. Sie ist da nicht drin. Nicht mehr. Ich bin doch hier. Ich reagiere. Ach, Marie. Ich glaube, es ist das Beste. Können wir dich noch ein bisschen warten? Sie hört uns nicht. Sie ist weg. Na? Guten Abend. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020